Wir sind heute auf der Graber Almetz, da ist der Graber Wasserfall, ich glaube der heißt so oder? Ja. Und dann gehen wir auf die Sulzenau-Hütte und habe schon wieder vergessen wie der See heißt. Zur Blauen Lacke. Zur Blauen Lacke gehen wir dann. Insgesamt haben wir vor Anschlag knapp 4,5 Stunden die Zeit. Und die Wetter-Apps sind sich nicht einig, ob es nachmittag regnet oder nicht. Wir lassen uns überraschen. 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 Schaut euch das an, das ist ja voll herder Ringel mäßig, das ist ja saugeil. Schaut euch das an, das ist ja voll herder Ringel, das ist ja voll herder Ringel, das ist ja voll herder Ringel. Schaut euch das an, das ist ja voll herder Ringel, das ist ja voll herder Ringel. Schaut euch das an, das ist ja voll herder Ringel. Schaut euch das an, das ist ja voll herder Ringel, das ist ja voll herder Ringel. Schaut euch das an, das ist ja voll herder Ringel. Geiler See, die, äh, äh, ne Blaue Lagone, wie heißt der jetzt schnell wieder? Blaue Lag, Blanke, 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 Blanke. Ähm, wunderschöne Wanderung wieder. Also ich hab's vorhin gesagt, unten da ist man bei Herr der Ringe, echt geil. Sind jetzt ein, ja, mit Fotografieren und allem, waren wir jetzt gute drei Stunden unterwegs hier rauf, zu der blauen Lacke. Und, jetzt haben wir kurz Wasser getestet, saukalt. Äh, jetzt zeig ich euch mal die, die Route, die wir gegangen sind, die Animation. Und dann gehen wir zur Hütte und dann gibt's den Kaiserschmarrn. Freue ich mich schon. All you gotta do is say, yeah, 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 yeah. Musik Wir waren jetzt auf der Hütte Saugeilen Kaiserschmagenessen Der hat richtig richtig gut geschmeckt Überhaupt alles was es so zum Essen gibt Hat ja wirklich gut ausgeschaut Kann man nicht empfehlen Jetzt gehen wir wieder runter Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschönen Tschönen Schatz Schatz Videos Be Charlene Schatz Petra Port Gondra got you feeling light as air So tell me what's your favorite song I'ma put it on, yeah, yeah All you gotta do is say Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh yeah Oh yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gleitsit War eine richtig schöne Tour Oder war eine schöne Tour? Zuerst den Wasserfall herauf Der Tal hinter der ist wirklich so Ich habe es vorhin gesagt Der hat er regelmäßig aussehen Dann haben wir den Wasserfall hoch Dann zur Blauen Lache Zwei tolle Hütten unterwegs War echt eine geile Tour Viel Wasser, das Wetter hat gehalten Und ganz schön Dann haben wir einen Atmen Waren Günter Frau Waren Wie Waren Waren Waren